Ja Metteleute, Furchis Meinung ist mal wieder da. Ja und zwar möchte ich euch bildlich veranschauen wie mein Benzi ist. So, das ist jetzt eine Seiderwürstle, ja die Länge kommt ungefähr hin bei mir. Okay ein bisschen kürzer, ich bin ja 17 cm halt. Der Durchmesser ist bisschen größer. Jetzt werden einige Mullen von euch denken. Furchi, ich habe gedacht du bist dicker bestückt. Ja aber Mutter Natur, da kann ich nichts machen. Aber was ich euch versprechen kann, meiner tut nicht dem Arsch weh. Ja, Propeller. Die Männer kennen es. Metteleute.